warte mal warte mal bleibt mal kurz stehen lass mich mal vorlaufen ich hab ein schild hier komm den holmolz den holmolz ja voller oh nein oh feil im kopf hab ich gesehen und er hat ein sperr im schädel dahin neben mir liegt ein riesen sperr oh mein gott das ist so schön ich muss mal gucken wenn ich das hinkriege mit dem schneideprogramm dann mache ich da eine großaufnahme von so vielleicht geht das auf jeden fall nehm ich den eigenen oh ein bein ist ab oh der hüpft auf einem bein noch und kippt dann um geil hat er schon mal ein bein ab sehr cool ist nicht mehr weit zu pushen oder kann nicht mehr weit sein kann nicht mehr weit sein da soll man was hinkriegen das muss gehen da sind die rechts 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 ich hab einen aber da trifft er mich zweimal das gibt es doch nicht du hast jemanden gekillt sauber ah fuck schade na ich hab zwölf leben gebraucht um ihn zu töten ach ach ich glaube ich hab einen headshot bekommen gerade ich wurde gerade wunderschön vom eigenen mann weggekillt das ist auch schön als ich gerade einen aufschließen wollte das ist aber glaube ich auch die letzte runde jetzt hier mein gott ey hört mal auf mir den katapulten zu schießen ich hab noch einen ich hab noch einen ich hab noch einen hier kill den kill den kill den ich muss weg ich bin am arsch gewesen ich hab den gekillt ja ist doch super was hätte ich enthauptet ey krass alter was war das für eine aktion kommt voll aggressiv angesprungen und hackt mir voll die übe weg ach mann vom eigenen mann mit dem stein getroffen das gibt es doch nicht ja das ist hier hinten diese pussy soll man den zerhaken soll man den zerhaken jetzt noch mal machen lass uns gleich mal machen wo bist du denn ich bin vorne drin ui ja wurde ich auch von dem getroffen ey jetzt zacken wir den ich zack den auf jeden fall ey der geht mir voll auf die eier ne der haut mich ich hab das katapult kaputt gemacht lebt der noch ich töte den auf jeden fall das ist jeder mit dem schwert mit dem runden helm siehste nicht der blaue der mit der kompletten rüstung ich bin auch hinter dir noch ich bin auch hinter dir noch den töten wir jetzt auf jeden fall ja klar oh da komm rot davon das ist ich hab einen scheiß axt im kopf hast du ihn noch erwischt der war schon tot aber ich hab nochmal drauf gehauen oh gott das ist so schön jetzt können wir wieder richtig spielen ja jetzt sitzt der nächste da dadurch dass wir nicht gekillt haben haben wir auch nicht die minuspunkte das stimmt oh brenner hat jemand gekillt junge und noch ein und dann wurde er gekillt Mist und guck mal guck mal guck mal schon bin ich weiter oben wir haben sieben punkten unterschied dann bist du schon ganz oben bei wir sind schlecht wir sind generell ziemlich schlecht unsere blauen leute sind generell schlechter das liegt vor allem an Krebsis dem scheiß katapult mongo oh oh da hat mir jemand die hand abgehakt oi 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 genau in dem moment wo ich einen abstechen wollte hat mir die hand abgehakt wie gut ja dann stichst du keinen mehr das ist immer wieder witzig was hier so passiert ja ich hab eben wie gesagt ein Bein verloren und dann hier hinten ist dieser dieser Krebsis der läuft jetzt nach hinten und ruht sich da auf scheiße aus der macht da gar oh jetzt hat mich einer gekippt mit dem Bogen alter ach man die scheiß Bogenschützen die nerven mich voll mhm also unsere kann ich ja gut mit dem Schild abwehren aber äh also die Gegner meine ich aber unsere halt nicht was das Der Throne, ey, Ketanis Oh man, 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 so eine Scheiße Ich bin knapp hinter dir, wenn du im Moment wartest Ah, zu spät Bist du schon wieder da? Ja, sauber Jetzt lass mal zusammenlaufen, ich bin hinter dir Oh man Oh man Wir müssen schon wieder voll weit laufen, ne? Scheiße, ich bin schon wieder platt Oh fuck Jetzt läuft das schon wieder nicht Ja, das ist die ganze Burg da an langen Rennen, ne? Oh 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 Machen Oh Ach, das gibt's doch nicht Bist du noch da? Oh, schnell mal wieder los hier. Oh, ich dachte, du wärst weg. Nee. Ich musste kurz hier, äh... aufgrund des superguten Sommerwetters im Haus agieren. Ja, das kommt schon mal vor. Ja. So ne ganz dezenter, warmer Sommerregel. Dieser abgefuckte Wolfsky X3, motherfucker, ey. Ich wollte den grad killen. Da kam jemand anders in der Ränge killt. Mann, Junge, ich krieg den aber nicht tot. Ja, diesen scheiß Deathbrown, ich krieg den nicht tot, Junge. Wie hat er sich geduckt? Der ist einer geduckt? Ja. Steuerung. Steuerung, kann sich ducken. Das muss man ja nur wissen. Man, sich ducken und sprinten? Nee. Schack mal auf den Boden hier ein bisschen. Machst du mit? Ich hab dich nicht auf den Boden. Ach komm, ich bin hinter dir. Hab zwar kaum Energie, aber... Ach, das gibt's nicht. Konnte man nicht mit F treten? Doch. Das geht doch noch. Dann geht das vielleicht nur einmal und dann erstmal nicht. Du hast so ne Stamina-Balken so'n Geheben. Wenn der leer ist, geht das nicht mehr. Was? Und treten brauchen ne Menge. Achso, ja, stimmt. Stimmt. Du hast recht. Den Stamina-Balken. Schön. Das heißt doch so. Sorry, Day. Not sure what happened there, cause I had no blue on my screen. Oh, der hätte ich getötet. Hey, hau mal da ab, Junge. Komm mal hier vorne in die Party rein, jetzt. Eiea, das ist doch nicht schlimm, wenn der mich gekillt hat, oder? Macht ja nix. Soll ich ihn hinter dir? Oh, Mist. Ich hab den einen abgefuckten Motherfucker hier weggeschneckt. Weggeschneckt hab ich den richtig. Du hast das sehr gut gemacht. Weggeschnuggelt. Weggeschnubble-load. Boah, der soll von dem Ding da weggehen, der... Wer hat den denn weggehauen? Was tut das denn? Ich weiß nicht. Ich hab auch kurz drüber nachgedacht, aber Spaß dann nicht. Ne, wir mussten da vorne irgendwas pushen noch. Wir haben das doch schon gepusht. Ah, ist schon fertig. Hier ist ein Bogenschütze. Hinter dir ist ein Bogenschütze. Dreh dich einfach nur um hinter dir. Oh, ich war nicht letzter. Sehr gut. Okay. Das war ja wundervoll. Dann? Wollten wir Schluss machen. Würde ich sagen, oder? Ja, kann man. Haben wir eine Stunde gespielt, wie daraus auch. Ja. Dann machen wir das. Ja. Man soll ja auch wenn es am schönsten ist, ne? Ganz genau. Jetzt wollen wir gerade mal kommen. Bevor ich wieder frustriert bin. Ganz genau. Okay. Okay. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die Schwerter kreuzen. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss.